Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den du in vier Stunden heiratest. Und dreieinhalb. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Kannst du mir irgendwann wirklich verzeihen? Da. Setz dich doch. Ich hab uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich... dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Möchtest du was trinken? Wenn du malst, ich ficke mit dir nur weil du was für mich getan hast, vergiss es. Ja jetzt. Oh your shorter Zeit, wir haben's Fed conneiden... Ky feld ich rein. Ku Du wunder retour weg. Nie gespeist es nicht so leids. Untertitelung. BR 2018